Also jetzt nochmal. Hallo Leute, wir machen jetzt eine Live-Videokonferenz-Aufnahme, wie der Jonas sagt. Also wir proben sozusagen online. Jonas ist in... Im wunderschönen Wetter an der Ruhe. Und ich bin in Köln. Und wir spielen zusammen einen Song von mir, der heißt Mosaif. Bist du bereit, Jonas? Ja, warte, ach so, ich hab mich gerade so zurückgelegt. Ja, ich bin bereit. Küchen-Session geht jetzt los. Eins, zwei, drei, vier. Wir sitzen am Ufer und ich frag dich, Worüber soll ich schreiben? Du sagst, schreib doch ausnahmsweise mal ein Lied. Über was Schönes. Ich sag, was Schönes vergeht. Und du verdrehst die Augen und sagst, das ist, was ich meine. Und zwei Möwen kreisen und kreisen über unseren Köpfen. Dabei ist das Meer so weit. Du schmeißt kleine Steine in den Fluss und sie ziehen Kreise. Ja, vielleicht ist das schön. Ja, vielleicht ist das schön. Schwer zu sagen. Auf der Suche nach großen Momenten werden kleine Zeile zum Mosaik. Wir schauen in die grauen Wolken und du sagst, es gibt Regen. Lass uns gehen. Ich sag, wir nehmen die nächste Fähre nach irgendwo und dann den Bus und dann den Flug nach Rio. Und vielleicht ist das schön. Und vielleicht ist es da schön. Schwer zu sagen. Auf der Suche nach großen Momenten werden kleine Zeile zum Mosaik. Auf der Suche nach großen Momenten werden kleine Zeile zum Mosaik. eine kleine Zeile zum Mosaik nicht. Ja, cool.